Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Cointrend. Wir wollen heute mal wieder über die Märkte gucken. Bitcoin hat ja jetzt ein gutes Stück nach unten hin sich bewegt und wir wollen natürlich aber auch gucken, was die größeren Altcoins heute machen. Neo, Ethereum, Monero habe ich auf jeden Fall dabei und bei Ethereum gibt es auch noch später was komplett Neues. Wir wollen aber natürlich anfangen mit Bitcoin. Wir sind jetzt in den 7400er Bereich, den haben wir uns ja schon angeguckt vor 2, 3, 4 Tagen, wo wir halt gesagt haben, dass da der nächste große Support ist. Jetzt sind wir auch da angekommen und sehen das hier. Also 7500 sind wir jetzt in diesem Moment und haben halt hier auch auf jeden Fall Support gefunden, was natürlich erstmal ganz positiv ist. Eine Sache, die ich jetzt aber auf jeden Fall anmerken möchte, das habe ich ja im letzten Video auch gesagt, wenn wir dann auf die 74 gehen, müssen wir natürlich gucken, ob auch dann alles zusammenpasst von den Indikatoren und so weiter und dann können wir natürlich erst die Entscheidung treffen. Und ich habe jetzt hier den 4-Stunden-Chart. Ich muss sagen, dass es mich noch nicht überzeugt. Es ist auf jeden Fall ein guter Punkt, ein möglicher Punkt. Ich bin aber insgesamt noch nicht davon überzeugt. Wir sehen eine gute Divergenz im RSI hier. Das ist auf jeden Fall sehr positiv. Was wir hier aber zum Beispiel sehen ist, dass das Histogramm, also wir haben keine Divergenz drin, sie ist auch aktuell im positiven Bereich. Hier wäre dann wohl, ja, das ist eigentlich das, was ich erwarten würde aus der Erfahrung heraus, dass es hier dann wieder in den Negativbereich geht und dann so einen kleineren Hügel so zu machen, dass wir dann wirklich eine Divergenz drin haben und das dann erst wirklich das passende Signal dazu wäre. Wir sehen es auch hier unten. Da wäre dann, ist ja auch noch keine Divergenz zu sehen. Im Stoch RSI sehen wir es hier an der Stelle auch noch nicht. Deswegen, ich bin noch nicht überzeugt von der Position, weswegen, also ich überlege noch so ein bisschen rum, aber ich glaube, ich werde jetzt für den Moment erstmal keine Kaufposition an der Stelle eingehen. Wir haben auf jeden Fall das Potenzial, klar, 6,8 ist eigentlich eine sehr realistische Zahl, wo ein sehr starker Support ist. Ihr seht das ja vom letzten Mal. Das war ja der Bereich, wo wir lange dran gekämpft haben, um dann da auszubrechen. Das ist natürlich so ein Bereich, der sehr, sehr stark ist im Chart und wir haben auch einen leeren Bereich dazwischen vom Volumen her. Wäre auf jeden Fall eine denkbare Variante. Wenn wir das Ganze uns ein bisschen näher angucken, sehen wir auch hier natürlich, dass der Support-Bereich bis so zum unteren Ende hier 7200 geht. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein gutes Ziel ist. Ihr seht es auch rechts im Volumen ist es nicht ganz so viel. Was wir hier haben an Kaufvolumen, wir sehen eher, dass es wirklich dann in dieser Region 7400 ist. Was könnte sich ändern, wenn wir hier zum Beispiel die positive Divergenz jetzt so machen, dass wir von hier aus hochgehen und den Hochpunkt, den vorherigen im RSI brechen, also von hier aus hier drüber, das wäre nochmal ein sehr positives Signal. Dann könnte ich mir auch vorstellen, da noch in der Position zu gehen. Für den Moment werde ich aber wahrscheinlich erstmal abwarten, um einfach noch einen klareren Punkt zu finden. Nichtsdestotrotz ist der Punkt hier aktuell natürlich einer mit einem nicht ganz so hohen Risiko nach unten hin. Aber klar, 7200 wäre dann der nächste Punkt so ungefähr, den könnte man ja für seinen Stop anpeilen. Und hier auch sehen wir nochmal, hier ist auch keine Divergenz oder so zu sehen. Das ist jetzt der 12-Stunden-Chart. Da würde es natürlich passen, wenn wir hier, ja wie jetzt, halt ein Stück hochgehen und dann nochmal einen kleineren Hügel setzen, um dann eine positive Divergenz zu haben. Das wäre dann ein 12-Stunden-Chart und würde auch noch für etwas weiter Weg nach unten sprechen. Wo, ja weiß nicht, ist einfach die bessere Position in meinen Augen, um zu sagen, okay, wir haben jetzt hier noch ein gewisses Risiko, was wir eingehen, wenn wir bei 7.4, jetzt 7.5 noch in eine Position gehen. Dementsprechend würde ich es halt so machen, wer es halt geschafft hat, vielleicht bei 7.450 in die Position zu kommen, Stop nachziehen, wenn es halt unter 7.4 geht oder so, dass das dann schnell beendet ist oder so, dass man halt schon Plus-Minus-Null hat. Jetzt eine Position eröffnen würde ich hier an der Stelle nicht. Wie gesagt, da würde ich erst dann ein bisschen bessere Klarheit abwarten, weil wenn es jetzt, angenommen, wir gehen jetzt hier noch ein Stück nach unten, sind es die 7.2, vielleicht sogar ganz stark die 6.8, dann wäre da halt eine sehr gute Position, die man finden könnte, wo dann die Indikatoren noch besser dastehen, wo wir einfach einen sehr starken Support dann haben und sagen können, okay, hier sieht es noch viel besser aus, hier haben wir noch viel weniger Risiko nach unten hin und dann kann man halt sagen, okay, 6.8, wir sehen, dass das Support-Level ab 6.8 losgeht, wird dann in 6.700 sehr, sehr stark. Dann ist natürlich klar, dass man dann in die Position zwischen 6.700 und 6.800 reingeht und dann halt ganz klar sagen kann, okay, wenn es hier unter dem Punkt 6.695 fällt oder so, dann ist für mich das Stopp, das heißt, wir haben dann einen ganz kleinen Weg nach unten nur, wo das Stopp sein kann, während unsere Position nach oben hin dann natürlich andere Ziele erreichen würde oder andere Sachen anpeilen würde in Richtung, ja, auf jeden Fall erst mal 7.2 wieder, also da dann genügend Weg haben, wahrscheinlich sogar noch viel mehr nach oben hin. Ich hoffe, ich habe es mit dem Stopp gerade richtig gesagt, also wenn wir 6.700, 6.800 anpeilen, wäre der Stopp halt dann, ja, 6.695 sind zu nah, also würde ich dann eher so 6.600er-Bereich den Stopp setzen. Muss man dann nochmal genau auf die Entwicklung des Kurses gucken, wenn es dann soweit ist, weil wenn es dann schon zurückgepusht hat, kann man ja seinen Stopp dann schon wieder anpassen an das Ganze. Für mich, wie gesagt, an der Stelle, okay, ich warte noch ein bisschen ab. Wenn es dieses Bild noch klarer gibt, dann aber eine wahrscheinlich sehr gute Long-Position hier zu finden. Dann gucken wir mal auf Ethereum, sehen wir hier zu BTC im, ja, Ein-Tages-Chart ist das und wir sind jetzt hier, wir sind jetzt an der dritten Linie, Kauflinie gekommen. Das ist ja das, was ich euch schon seit, ja, Wochen wahrscheinlich gezeigt habe. Das sind die vier Kaufpositionspunkte. 1, 2 haben wir auf jeden Fall schon aktiviert gehabt, da ging es dann schon mal ein Stück nach oben und jetzt sind wir genau auf der dritten Linie. Und da ich vorher schon, da habe ich euch auch immer gesagt, wusste, dass es hier nicht ganz so klar ist, wo wir enden werden, hatte ich ja auch diesen größeren Bereich deswegen schon direkt abgedeckt. An der Stelle hier, wo wir aktuell sind, ist auf jeden Fall die größte von den vier Kaufpositionen gewesen bei mir und da bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht, weil wenn wir über der grünen Bollinger Bandlinie schließen können, wäre das ein sehr gutes Signal und dann wäre ich auch sehr, sehr glücklich mit der Position, weil dann kann es hier dann schon schnell wieder hochgehen in den nächsten Tagen. Deswegen schaue ich jetzt ganz genau auf die nächsten 1, 2, 3 Kerzen, also Tageskerze, klar, wird dann halt ins Wochenende reingehen. Wenn wir dann über dem grünen Band schließen können und das mit der nächsten sogar noch bestätigen, dann wäre das sehr positiv. Aktuell sind wir noch im Abwärtstrend daran zu sehen, dass wir halt unterhalb dieser grünen Linie sind. Nichtsdestotrotz passt das alles bis jetzt, bis alles ist genauso wie geplant und jetzt muss nur noch die Umkehr kommen. Ich hatte euch schon beim letzten Mal gesagt, dass ich, da hatte ich noch gesagt, ich glaube noch zwölf Tage, dann müssten es jetzt noch zehn ungefähr sein, dass so ungefähr meinen Plan macht. Das wäre dann, sagen wir mal, Mitte, Ende August. Ja, das ist eigentlich ein recht passender Zeitpunkt. Und wie gesagt, ich schaue schon, vielleicht kommt es hier schon in den nächsten drei Tageskatzen, also in den Tagesbereichen schaue ich jetzt auf jeden Fall etwas genauer, was hier die Altcoins angeht. Dann haben wir bei NEO ein ähnliches Bild. Da sind wir jetzt, kennt ihr die? Ja, die ist ja schon ewig drin. Kommen wir jetzt sehr, sehr nah mit dem Support Level hier an der Stelle. Wir sind schon fast am Support Level angekommen und da erwarte ich dann auch bald eine Reaktion in die andere Richtung. Wir sehen, dass hier 367.000 ungefähr, wo wir schauen, dass der nächste richtig starke Support kommt für NEO und dann auch hier die letzte Kaufposition aktiviert wird und wir dann auf eine Reaktion warten. Ihr seht auch hier das Band, das Grüne sind wir auch noch drunter, auch noch Abwärtstrend. Da wird es natürlich interessant sein, wenn wir auch hier wieder auf der anderen Seite vom grünen Band sind, das schließen können und damit dann den Abwärtstrend erstmal wieder verlassen und dann auch die Umkehr dementsprechend kommt. Ja, bei Monero, das haben wir uns ja auch angeguckt, in den letzten Tagen sind wir jetzt noch ein kleines Stück entfernt von unserem Ziel hier, in dem Bereich 0,014 und da hat es aber einen kleinen Zwischensprung nach oben gemacht und dann kann ich euch das jetzt zum Beispiel mal hier am Band zeigen. Wenn wir halt einmal drüber gehen über das grüne Band und da schließen, das ist ja schon mal ein positives Signal, aber wir müssen das dann immer mit der nächsten Katze bestätigen, weil manchmal ist es halt einfach so, dass die eine Katze dann außerhalb schließt, die nächste geht wieder rein, passiert recht oft, deswegen ist die Bestätigung erst mit der nächsten Katze, die erstens muss sie auch oberhalb des Bandes schließen, im Idealfall darf der dort gar nicht unterhalb des Bandes gehen, um es ganz sicher zu machen, daher, ja, das ist immer noch so dann die Bestätigung für die Umkehr, einmal kurz raus mit der Katze ist für mich immer dann noch nicht das passende Signal für die Bestätigung, aber hier seht ihr auch, Monero hatten wir uns ja den Punkt 0,015 bis 0,014 gesetzt, was den Kaufbereich angeht, sind wir noch nicht drin gewesen, warten wir jetzt auch noch drauf, wie gesagt, noch im Abwärtstrend und dann wäre das das passende, auch mit dieser sehr langen alten Trendlinie, um hier mehrere positive Sachen dann in eins zu packen und dann halt einen guten Kaufpunkt zu haben, um hier wieder mit nach oben zu gehen, also auch hier Monero sieht es so aus, als ob es gar nicht mehr so weit nach unten geht. Dann haben wir eine ganz interessante Sache und ich zeige es euch erstmal hier, und zwar hat Bittrex jetzt auch ein, ihr könnt jetzt auch Ethereum zu Dollar handeln auf BitMEX, also nicht nur noch ETH zu BTC, sondern jetzt könnt ihr auch den Dollarpreis handeln hier an der Stelle, das heißt, wer das mit Hebel zum Beispiel schon länger machen wollte, der kann das jetzt hier, also normalerweise hat BitMEX ja immer die Dollar, die Bitcoin-Paare, Entschuldigung, immer, also Bitcoin ist natürlich zu Dollar, klar, kann ja nicht zu Bitcoin sein, aber alle anderen, Cardano, Bitcoin, Cash und sowas, die sind dann immer zu Bitcoin, bei Ethereum wurde jetzt aber auch ein Dollarpaar eingefügt, könnt ihr also, wenn ihr das immer handeln wolltet, euch jetzt auch auf BitMEX tummeln sozusagen und das Ganze damit machen und welchen Chart ich dazu empfehlen würde, wenn ihr jetzt TradingView habt oder Coinagy, kann ich den Ethereum-US-Dollar-Chart von Bitfinex empfehlen, der hat schon sehr lange Werte, habe ich auch schon im letzten Jahr, ja schon vor einem Jahr schon viel, viel genutzt, hier 15er Chart ist mein Favorit, 15-Minuten-Chart, Ethereum-US-Dollar mit der Ichimoku-Wolke, das ist mein persönlicher Favorit, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, funktioniert sehr gut und wer das halt also viel oder öfter macht und da jetzt auf BitMEX das Ganze machen möchte, da kann ich halt diesen Chart dazu empfehlen. Das wird soweit gewesen sein vom CoinTrend heute, ich hoffe, ihr habt bald auch die Woche überstanden und könnt ins Wochenende starten, wir sehen uns im nächsten Video wieder, also macht's gut, bis dahin.